Marc-Philipp Zimmermann fünfmal gegen Tasmania am vergangenen Freitag getroffen. Gemeinsam mit Michael Frakos, hier neben ihm, hat er die Tasmania im Prinzip im Alleingang abgeschossen. Die beiden haben zusammen acht und neun Tore erzielt. Heute aber mit der Faust Geert Glienicke ein ganz anderes Kaliber im Vogtland. Die haben 3 zu 0 gegen Cottbus am Wochenende gewonnen. Und kommen hier nach wenigen Minuten zur ersten Chance, Dennis Lemke. Noch übers Tor aus spitzen Winkel. Das Spiel gegen Tasmania hat Auerbach aber gut getan. Das sieht man in dieser Anfangsphase bereits und Auerbach kommt hier zum ersten Abschluss durch Zimmermann. Auch hier erst zehn Minuten gespielt. Ordentlicher Auftakt für das Team von Trainer Sven Köhler. Der kann da durchaus zufrieden sein. Aber auf die Defensive kommt es heute ganz besonders an gegen Alt Glienicke. Zum Beispiel schon jetzt in dieser Szene-Ecke. Tugay Usan. Und in der Mitte Christian Skoda. Das 0 zu 1 in der 15. Minute. Christian Skoda macht sein sechstes Saisontor. Wird da sträflich alleingelassen. Das darf dem VfB Auerbach in dieser Szene natürlich nicht passieren. Wie sieht die Antwort aus? Der VfB mit diesem Freistoß. Und dann Lovric! Nimmt den Ball direkt. Und wie knapp das war, zeigt die Zeitlupe, die Matteo Lovric zuletzt gegen Fürsten Walde ein Tor erzielt. Und das war haarscharf Glück für die VSG. Der VfB Auerbach jetzt aber besser drin im Spiel. Übernimmt hier das Kommando Michael Frackos auf der rechten Seite mit viel Platz. Bringt aber die Flanke für Marc-Philipp Zimmermann. Das 1 zu 1. Der Ausgleich hochverdient für den VfB in dieser Phase des Spiels. Und besser kann man den nicht nehmen. Traumhafter Volley in die lange Ecke zu Saisontor. Nummer 11 für Auerbachs Torjäger. Was macht eigentlich der andere Partner des Auerbacher Traumduos Michael Frackos? Hier mit dem nächsten Abschluss. Aber der geht noch drüber. Es fehlt bei ihm ein bisschen das Schussglück. Und so steht es 1 zu 1 zur Pause. Das geht vollkommen in Ordnung. Auch für den VfB Auerbach, der hier ebenbürtig mit den Gästen aus Berlin auftritt. Zu Beginn der zweiten Halbzeit übernimmt erstmal wieder die VSG das Kommando über. Rechts geht es hier schnell rein in den Strafraum. Und dann Breitkreuz mit der Riesengelegenheit. Aber Stefan Schmidt eine Monsterparade, die der Auerbacher Kapitän da rausholt. Und mit dem rechten Bein hält er diesen Ball. Wahnsinn. Es geht direkt weiter. Auerbach mit der schnellen Ecke. Und dann doch dem 1 zu 2. Tim Häusler mit seinem zweiten Saisontor. Hatte vor kurzem erst gegen den Berliner AK bei diesem 4 zu 1 Sieg der Altliniker getroffen. Heute trifft er zum 2 zu 1 für die Gäste. Das war eine einstudierte Variante. Schön gemacht. Der Ärger bei Auerbach groß. Können sie darauf nochmal antworten. Es wäre so wichtig für den Abstiegskampf. Michael Frakos mit dem Schuss aufs Tor. Aber Leon Bethke sicher. Das Tor bleibt ihm bislang noch verwehrt. Dem Griechen. Aber sie hatten noch eine Gelegenheit. Guslajews mit der Flanke in die Mitte und Frakos. Da klappt es doch noch. Die Pistolen rausgeholt. Und dann ab zum Jubeln im Hintergrund läuft der Siotaki. Den hat er sich gewünscht als Tormusik für seine Treffer. Tim Häusler springt hier unterm Ball durch und macht den Weg damit frei zum Ausgleich für den VfB Auerbach durch Michael Frakos. Und am Ende bleibt es bei dieser Punkteteilung. Die geht in Ordnung. Auerbach hat sich diesen Zähler verdient im Abstiegskampf. Ich bin sehr glücklich über den Punkt. Alt-Klinicke ist in sehr guter Form und eine sehr gute Mannschaft. Für uns sind alle Zähler extrem wichtig im Abstiegskampf. Hier in Auerbach kann man nicht einfach sagen, man schlägt Cottbus 3-0 und dann gewinnt man hier 8-0. Das ist überhaupt nicht unser Thema. Wir wollten hier ein gutes Spiel machen. Das ist uns nur phasenweise gelungen. Und das ist das Entscheidende. Nach oben. Wir wollen jedes Spiel gewinnen. Und wenn wir an der Tabelle wollen wir uns natürlich gerne noch nach vorne schieben. Ich habe schon vor zwei Wochen gesagt, wir haben noch Halbfinale-Pokal. Wir wollen Pokalsieger werden. Und wenn es wieder um die Frage geht, ob wir da oben noch mitmischen um den ersten Platz, sage ich nochmal. Das ist ja völlig unrealistisch. Mit diesem Punkt kämpft sich der VfB Auerbach hoch auf Platz 17 in der Tabelle. Alt-Klinicke bleibt auf Rang 6 mit etwas Abstand nach ganz oben. Isn't das so gut? Ich